So, wir sind da noch immer bei Meta4. Und nun haben wir wieder einen Dirk geschafft. Gleich. Gleich stand momentan. Aber wie gesagt, das ist ein recht lustiges Spielchen gewesen. Also, lassen wir den Tag einmal ausklingen. Man kann natürlich auch... Also ja, da gibt es gar, aber es ist ja so unzahlreiche kleine Briefchen. Die Liebesgeschwürden von der Betty. Ja, die Chefin. Es gab dann auch hier einen Psychiater. Und eine Dusche, ja. 1877, gewaltig. Aber das war ein Risiko. Tjo, der sagt, der immer ist gleich. Ja, was haben wir hier? Und es ist fertiggestellt. Passt. Nur musste man irgendwie die Show noch einplanen. Gezeichen. So, am Zähne schaut eigentlich immer wer zu. Da setzen wir jetzt eine dämliche Serie. Die wollten es. Weil heute ging es ja darum, dass du den Nobelpreis kriegst. Also den Semi. Von von den selbstproduzierten Shows. Das war natürlich wichtig. Jo, seriös. Jetzt haben wir da auch nochmal die Wolken. Jetzt haben wir da von mir jetzt nochmal die Kultur. Dann haben wir da halt nochmal die Kultur hinein. Dass da auch was weiter geht. Da bin ich ja. 66. Immer da langsam drehen. Die, 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 die. 66. Erster, erster. Die, 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 die. Mmh, bis da gesehen. Die love story. Säber. Also da war nur leid. Verdrucht, dass der geht. Uh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das ist jetzt der Tag Nummer 8 Tag Nummer 8 Ja, das ist jetzt der Tag Nummer 8 Ja, ja Gleich wie ich spiele den wie vorher Kann sein, dass ich das so ausschneide oder schneide So die Videos Ich werde nicht checken, wo ich jetzt noch mal mit an Und mir gut hin Ja, das war damals eine Alexander-Geschichte. Na ja, für das Erste reicht es einmal für die News. Für die News reicht es einmal. Ja, das war damals eine Alexander-Geschichte. Das war damals eine Alexander-Geschichte. Ja, 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 das war das. Jetzt schneiden wir das Ganze. Abgesehen davon, das war damals, wie gesagt, der Schmäh. Die Beträge kamen natürlich verschieden. Den konnte man leider so nicht beschimmen. Aber wie gesagt, das ist halt... Wie gesagt, die vordere Reihe war dann für dich der Vorderbuch. Aber das war damals der Schmäh in dem Spiel. Was war denn da? Ich werde zufrieden auf der Kuscheltiere. Das war das Finale. Wäbelten. Das sind das Finale. Aber du konntest natürlich auch Werbeträger haben, die nicht gesendet werden. Und da war natürlich der Chef auch. Weil sie... Ich weiß natürlich, wie ich auch nicht günstig war. Gut, Simon und Dr. 38 wird nochmal reichen fürs Erste. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. dass es besser ist. Man sollte schon schauen, dass es am aktuellen Strand ist. Kein Thema. Ja, ja. Ging schon wieder ein bisschen bergab. Da haben wir nicht der 2. Geht noch nicht so recht. Aber wurscht. Sprite bis dahin ist Ende 5. Das wird sich nicht mehr ausgehen. Jetzt sind wir da. Scheiß drauf. Jetzt haben wir eine Staffel. Man zahlt ja natürlich auch Staffel, wenn man den Werbeträger nicht zähendete. 57. Je besser die Nachrichten, desto mehr die Quoten waren. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Da hat er man übrigens die Einnahmen und Gesamt zu diesem Betrag gilt nachher soviel, heute ist es dann, ne, wenn man hier drauf klickt, das ist Geld, 40, ah nicht schlecht, dann 80. Ja, ich stehe mir ein bisschen Zug, light camera, partners. Hvort nos. Hvort nos. Vintum við, hvað er það ná? Hvað, þarf sem byggingar sinn yfir það? Hvort nos. Hvort nos. Naja, hvort nos. 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 Hvort gert rám. Hven me eklai innr. Hvað er innr. Hvað er, vin í innrjuvöt. Komið ihr við. da richte überkommt er halt auch noch zu reingekommen wenn immer freundlich sonstiges, also da Pfeffel naja, schauen wir mal das hat das bei mir nicht vermeid ob das überhaupt so geht ich hätte auch so eine Frage ist das fertig sonstige Pfeffer Krimi Faltig jetzt würde ich mal die anderen keine Schoß gezeigt haben ja, ja, ja okay, wollen DT-rainschläge so, eine Love Story in der VWD weg damit also man hat ja jetzt kein Studio mehr die Produktion lief aber so, eine Schäfin rauf gehen nochmal so, ein Tester ja, ja, ja Bam, 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 bam Röis, Röis. Ja, ja, das sind die... Die warst die Darven verhängen. Die warst die Darven verhängen. Die Old Tens, 14% nur. Sie sind ganz knapp aus. So, wir werden mal schauen. Wir werden mal schauen, ob wir noch knackig geile Filme kriegen. Wir werden mal schauen, ob wir noch etwas filmen. So, wir werden mal schauen, ob wir noch ein bisschen mehr kaufen können. Und testen, 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 sandefau. So, wir summelten, wieso, nicht immer schlecht. Desto normal. So, ein wenig Geld möchte ich kurz tun. Mal schauen, ob wir noch 5.000 kommen. So, ich habe das Gefühl, wir haben da jetzt eine Strafe. So, ja. So, ja. So, die Werbe-Träger. Ja, du mit den Scheiß-Gockummel. So, ja. Ja, wir haben jetzt 4.000, wenn wir jetzt noch 4.000. So, schauen wir mal, was mein Tohminus. Oh, was nicht so viel. Semi haben wir wahrscheinlich nicht gefühlt. Wahrscheinlich. Ah, ja, 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 hab ich befürchtet. Hab ich befürchtet. Habt ihr nämlich nämlich da ein Ding gesehen? Ja, jetzt haben wir wieder ein aufruhenes Rennen. Das wollte ich erreichen. Ein dreistelliges 3G auf. So, was haben wir hier als Kultureinsatz? Das ist ja ein Serien. Das war das ihr Hobby. Gescheuerte Kultur heute. Die Last Story. Wie doch der Kuscheltiere. Jetzt ist es mit Werbeträger. Wenn wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen bei Kultur. Naja. Und jetzt gucken wir mal die Hände aufruhen, desto r preferably ist der Grund. Gämmel Gämmel Neug Gämmel 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 2,5 Der Tag wird gesichert Und somit auch wieder Für heute Unser Let's Play Gutes Bis morgen Ciao De Lau